Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play Mi Fruit Centrone Warcraft 3 Und spielen Footman Und ich habe gerade einen Kackhelden ausgewählt, den ich gar nicht wollte Aber man ist es Was war denn das am Anfang? Mikro was? Mikro Craft Mikro Centrone Keine Ahnung Ja Ja, tut mir leid Aber Ja, wie fangen wir an? Ich gegen dich, ne? Natürlich, so spielen wir Das ist ein Problem, er geht immer hier unten bis hoch und das wollen wir Also Leute, eins gegen eins, ich gegen ihn One gegen one Aber ich habe einen falschen Helden gewählt, also kann er leicht gewinnen Ja, genau Gute Ausrede Ich habe auch zu sehen irgendwas gedrückt, nicht dran Ja, nur weil ich immer gewinne Ah ja, du mich auch Wo ist jetzt mein Boss hin? Ich habe gesagt, ich habe den falschen Helden gewählt Das wollte ich gar nicht Ich wollte das gar nicht Den Helden vor allem nicht Ich habe so kleine Legs fällt mir gerade auf Ich habe so kleine Legs fällt mir gerade auf Ich bin so auch immer Ich bin so Ich bin so den Siegten und ich habe für die Lecks die Kleinen erläutert das sind die ausreden da ich hab's oft mit Videobeweis ja natürlich ganz kleine Lecks Und deswegen verlierst du so krass. Weil ich Lex hab, ja? Genau. Das ist das Problem, Lex. Einziges Problem heute. Voll die Verzögerung hat mein Typ. Die Verzögerung und paar Geschichten. Mit ausbauen oder ohne? Ja, mit. Was ist denn das für eine Frage, Dennis? Tja, kann ja sein, dass du vielleicht... Oh, dieser Lex, tut mir leid, aber ich hab echt kleine Lex, ich schwör. Winzige Lex... Ja, ja, es klappt in mir. Ja, ich hab winzige Lex, darum. Ja, bei mir läuft das auch nicht flüssig, aber... Ich geh mal nicht so rum. Naja, gut, das ist unser erstes Fugment-Aufnahme. Vielleicht wird die nächste besser. Diablo könnten wir auch spielen. Diablo! Diablo! Ja, aber... Lieber Wochenende. Natürlich. Ich mein... Wie lange dauert es? Vier Stunden? Fünf Stunden? Vielleicht länger? Vielleicht länger, ja. Eventuell, wer weiß. Oh Gott. Deine Typ-Meier-Rüstung total aufgepusht, ey. Das gibt's nicht, oder? Ja, was erwartest du, ne? Ja... Diese winzigen Lex... Jawohl, mein Lord! Meka, 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 Meka. Ja, weil er verliert. Das ist immer so. So ein Schwachsinn! Nein! Es ist so! Ist es nicht, nur ich hab... Lex! Ja... Ja, vielleicht verliere ich diesmal, weil ich den falschen Helden habe. Den wollte ich dann. Ja, noch schlechtere Ausrede. Ich wollte den echt nicht. Aber ich hab auch so in irgendeine Taste gebrückt, dann ist der rausgekommen. Ja. Ja. Ja, ist so, Mann! Ja. Ja. Da ist man das euch an, Leute. Immer, immer, immer. Nichts immer erwarten, und nächstes Mal zieh ich die total ab. Ja, genau. Wenn ich die gescheiten Helden habe, hier die wunderschönen Kills von ihm. Ja, elf Stück hab ich. Ich hab' ja richtig gemacht. Ich hab' ja richtig gemacht. Was, was, eigentlich? Was? Ält! Ja, leh. Leih! Steht hier da! Ja, ne! Ja, ne! Hab' ich nicht gesehen! Tut mir leid! Ja, ja! Ja! Oh ja! Hehehe! Komm' du auch schon an! Ne! Ich hab' mal da! Ja, dann muss ich aber... Hehehe! Das kann auch... 20 Minuten vielleicht dauern? Was? Dieses Footman Ich weiß nicht, wenn ich schnell fertig mache Das dann nicht Ich könnte hier jetzt so einmarschieren Könntest du hier? Ja Dann wird es gleich vorbei Ja, ist doch witzig Vielleicht wollen wir auch mal sehen, dass wir auch Bauenspielen hier strategiemäßig Ja Nicht Footman Genau Ja, es gibt echt welche, die schauen sowas Ja Du willst noch nicht Weil es scheiße ist Warum? Weil Footman, äh, Warcraft 3 und Baum gehört zu Ja, nein Nicht in meine Nicht in meinen Texten Ja, ja Nicht in deinem Text Okay Jetzt wird das Wort entfallen Nicht in deiner Geschichte, oder? Nein, das meine ich nicht Ich weiß, ich kann mir fest bleiben Ich marschiere ein, okay? Ich mach fertig Macht es Ja Mein Herz ist wirklich tot? Ja, wir haben doch schon 6 Minuten Ja, hallo? Ja, reicht doch Ja, natürlich hast du recht Danach will ich eine Revanche Äh, um nochmal zu verlieren Ja, genau Ja Ja So ist es da Du siehst ja wie viele Einheiten ich noch hab Ja, ich weiß noch viele Ja, ich weiß noch viele Ich bin eher Kaja, ich komm dagegen schon irgendwie an Hoffe ich Ich bin Level 3 und 7 Habe ich doch gern gemacht, oder? Oh, ich hab noch 4 Einheiten Oh, ich hab noch 4 Einheiten Oh je, Mini Das wird ne richtig schnelle Runde, hast du recht? Ja, das ist Das Null Herausforderung hier Ja, warte nur Nächste Runde ist vorbei mit dir Nächste Runde ist vorbei mit dir Ja, warte nur Ja, komm ich mit Ich möchte mal meine Ulti einsetzen hier Ja, ja Dass die Zuschauer auch was sehen Oder der Zuschauer Wo ist dein Held? Ja, du, du Pussy, ey Ich darf das leider Für Lauderan Zu meinem Brief Lass mich, ich darf das Er hat sie eh tot Easy Ja, dann mach doch zu Ende, wenn du dich traust Mach ich auch Ja, na mach 18, 18, ich töte dir Ich bin ja auch Profi, ich darf 18 töten Sag das Zaubermacht Natürlich Oh, irgendwie komm ich mit der Steuerung nicht klar Jaaaa Ok, das kann noch kurz dauern Ganz kurz Sechs Minuten, ey, so gehört sich, oder? Neun Minuten Oder neun Minuten Prinzipiell das Gleiche Was braucht ihr? Ja, nur drei Minuten Unterschied Ja, sag hier Sag ja prinzipiell Prinzipiell Jaaaa Ich benutze hier Fachausdrücke, die ihr gar nicht mal kennt Denkst du ja auch nur du, ne? Ich weiß es Vor allem Fachausdrücke, ne? Kann sein Eventuell kann das sein Schlag zu Prinzipiell ist das eventuell möglich Genau Das hätte ich jetzt nicht besser formulieren können Richtig Easy Easy Ja, diesmal schon Ich hab 2200 Gold Und du? 5000 Ja Mit 21 Einheiten getötet Natürlich Ich cheate Ich cheate auch Was erwartest du von mir? Ja, dann mach mich fertig, komm Ich werde was sehen Ne Keine Lust Ne, ich hab keine Lust Diesmal gebe ich mich geschlagen Ja, das ist so wie letztes Mal und noch mal, ja Ne Ne, ne, ne Ging dich zu verlieren Ziemlich unnahrscheinlich Ne, du denkst auch noch du, du würdest verlieren Ja Wenn ich den gescheiten Helden haben würde Ja, wenn ich nicht Auf jeden Fall nicht den, den ich jetzt habe Weil ich den aus Versehen genommen habe, wie ich schon gesagt habe Wer ist denn das? Ach du Kacke Ach Gott Also Ja, ich hab Cloud deutlich gewonnen, ne Ja, haste Vielen Dank für seinen Schalten, meine Ja, vielen Dank Bis zum nächsten Mal War easy